Als preußischen Einmarsch in Holland bezeichnet man eine militärische Intervention Preußens in der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande im Jahr 1787. Der Erbstadthalter der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande, Wilhelm V., geriet nach dem Ende des Vierten Englisch-Niederländischen Krieges in einen Konflikt mit der Partei der Patrioten, die die Macht und den Einfluss des Hauses Oranien und der Orangesten zurückdrängen wollten. Wilhelm V., war bereits 1786 als Kapitän-General von Holland abgesetzt worden. Als seine Frau Wilhelmine, die Schwester des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II., im Juni 1787 provokativ von Nimmwegen nach Den Haag reisen wollte, versperrten ihr bei Goyan Favelisleis Anhänger der Patrioten den Weg. Wilhelmine wurde kurzzeitig inhaftiert, belästigt und anschließend nach Nimmwegen zurückgeschickt. Sie informierte ihren Bruder über diesen Vorfall und verlangte Genugtuung, was Preußen als Vorwand für ein diplomatisches Ultimatum an Holland nahm. Als Holland sich weigerte, dieses zu befolgen, wurde es am 13. September 1787 von einer 20.000 Mann starken preußischen Armee unter Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig besetzt. Karl Wilhelm Ferdinand ließ Wilhelm V. nach Den Haag zurückkehren und seine Macht als Kapitän-General wiederherstellen. Diese Episode kann als zukunftsweisend angesehen werden. Die Franzosen hatten sich für die Patrioten eingesetzt. England dagegen versuchte, die französischen Aktionen in der Region einzuschränken. Preußen handelte aus englandfreundlichen und antifranzösischen Motiven. Untertitelung des ZDF für funk, 2017